Musik Hi, mein Name ist Jonny S. Und ich möchte mich bei euch erstmal bedanken für eure riesige Resonanz und euren Support bei Startnext. Das war wirklich eine wunderschöne Erfahrung mit euch und es hat echt gezeigt, dass man selbst als regionaler Musiker ohne großes Label im Rücken eine richtig riesengroße Welle machen kann. Vielen Dank an euch dafür. Natürlich hat sich das nicht Erreichen der Funningsumme bei Startnext für mich wie der Niederlag angefühlt. Und ganz ehrlich, ich habe auch zwei, dreimal darüber nachgedacht, das Ding kurz hinzuschmeißen. Aber der Punkt ist der, diese Platte ist super gut, die Platte wird super, super geil. Ich glaube da dran und ihr habt mir gezeigt, dass ihr auch daran glaubt. Wir haben einfach nur zu wenig Zeit gehabt und vielleicht habe ich in meiner Strategie ein paar Fehler gehabt, die ich auch nicht erklären kann. Manchmal passt das Timing einfach nicht. Das ist aber gar kein Grund aufzugeben. Ich glaube so sehr an diese Platte, dass ich finde, sie hat eine zweite Chance verdient. Und deswegen habe ich auf meiner Seite www.johnny-s-music.de ein neues Crowdfunding auf die Beine gestellt. Und diesmal brauche ich mehr denn je eure Unterstützung. Ich habe mein neues Funding in vier Bereiche eingeteilt. Der erste Part wird der sein, wir müssen ins Studio. Dafür brauchen wir insgesamt 3.500 Euro. Das Gute ist, ich habe mit ein paar Leuten schon geredet und da ist schon ein kleines bisschen was zusammengekommen. Wenn wir das erreicht haben, ist der nächste Schritt das Master und die Pressung der CD. Wenn wir das auch noch erreicht haben, dann können wir den nächsten Schritt angehen und zwar wir kümmern uns um die Premium Box und danach um die Vinyl. Das heißt, wir finanzieren immer nur die Steps, die gerade notwendig sind und ihr könnt mich auf diesem ganzen Weg begleiten und seht, was aus den euren Spenden quasi geworden ist. Immer wenn die Sachen fertig sind, bekommt ihr natürlich Post von mir und eine Mail mit euren Dankeschöns und wir können das Ding gemeinsam Schritt für Schritt für Schritt umsetzen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir sogar vielleicht noch die gesamte Summe zusammen bekommen. Und ein paar von meinen Supportern und meinen Video-Leuten haben mir auch gesagt, ey, scheiß auf die Kohle, lass uns ein geiles Projekt machen. Das heißt, ich bin ziemlich optimistisch, dass wir genau das, was ich geplant habe, am Ende in die Tat umsetzen können. Und ihr müsst mir dabei weiterhin zur Seite stehen, denn ohne euch wird das ganze Ding nicht möglich werden. Also, ihr geht auf meine Seite www.johnny-s-music.de Checkt ab, was ihr da bestellen könnt. Ihr könnt weiterhin einen Download bestellen, eine CD bestellen. Ihr könnt mich für ein Konzert buchen, ihr könnt natürlich auch verrückt sein und euren Namen auf meinen Arm schreiben lassen. Dafür haben wir jetzt ein Tattoo-Studio, was den ganzen Quatsch mitmacht und mich für die Materialkosten quasi tätowiert. Und ihr werdet natürlich immer gleich mit reingenommen und könnt sehen, wie der Fortschritt des gesamten Projektes ist. Also, checkt das ab, geht auf meine Seite, lest euch durch, was ich da anzubieten habe. Sprecht mich an, schreibt mir eine SMS, schreibt mir eine WhatsApp. Ich zähle auf euch. Peace. 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 Untertitelung des ZDF, 2020